Ihr könnt Premium gewinnen. Und zwar werde ich jetzt einen Monat lang Daily-Videos machen, das bedeutet vom 2. Mai bis zum 31. Mai. In diesen Videos wird insgesamt 6x Premium verlost. 3x Premium wird übrigens vom GOMMA der Internet-Server gesponsert, deswegen nochmal vielen Dank der Hersteller. Was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur einen Kommentar unter diesem Video zu verfassen. Am Ende werden zufällige 6 Videos von diesen 30 Videos rausgesucht und dort wird auch mit einem YouTube-Random-Pika einfach ein zufälliger Kommentar rausgelegt. Wie gesagt, insgesamt 6x einen Monat. Das einzige, was ihr dafür tun müsst, ist einfach euren Ingame-Namen auch mit in die Kommentare zu schreiben. Und Abonnentse. Seien lol. Ich hab mich auch super wundervoll, wenn du meinen Tag packt, aber das war ja ich. We're just getting started. I know that you want it. Baby, just get on it. Ready to go. We know how to party. Hold up the Bacardi. Feel it in my body. Put on some check, check. Let's go. Nah, we ain't never gonna slow down. How the girls looking high like a hometown. Maybe I'll be an aогi. I got a gun. I have to pay attention to this. I have to pay attention. And up poor zano. There he is. Reigeklamp. Oh, it is the same. Hey, not far out. Du hast es recht schon. Ich will hier reinziehen. Nein, hier. Baut du noch safe. Bitte der. Pass auf, du bist das wirklich. Das ist ein Geier. Oh, okay. Gute Runde für Nürn. Wir haben einen Runde. Okay, ich kann noch eine Runde spielen. Ja. Luis ist alt, du. Luis hat eben noch... Luis ist schon seit... Wir haben einen Runde. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Luis, bin ich oben. Halt das Maul, Nico! Stimmt, hatte ich. Da hast du es recht gehabt. Da haben alle gefickt. Da kannst du auch gehen, wenn du willst. Halt doch mal deine dumme Schnauze! Du spielst du, oder spiel ich? Das sind allgemein viele Sachen. Luis, ich spiel das, was ich dir gesagt habe. Was? Genau. Wenig, wie kannst du dich da überhaupt konzentrieren? Keine Ahnung. Er konzentriert sich manchmal. Er macht es einfach. Wer muss? Wer muss ist hier irgendwie der Einzige, der so... Einzige. Einzige, der absolut ruhig ist und alle anderen labern einfach Bullshit. Ich bin auch leise, weil Luis Bullshit ist. Luis kann nicht bleiben. Ich weiß nicht, wer wirst du es schaffen. Ja, bist du der, der die Runden quescht? Gerade Levitation TS. Ey, gerade Levitation TS. Naja, der Boat trifft ganz gut, aber nicht so gut wie Winnie. Was? Schade. Ey, Winnie. Ja, wieso? Wenn die wüssten, Alter. Ey, ich sag mal nichts. Das hast du gesagt. Ich hab dir einfach nur gedacht, dass du so schiebt. Oh, ja. Wenn die wüssten, Alter. Fiss dich. Scheiße bin ich scheiße. Habana und na. Wenn ihr den erst haltet, jetzt nicht verstehnt. Den neuen Hauptschwimmer. Ey, nein. Das ist groß geschrieben worden. Das verstehen die nicht. Das verstehen sie absolut nicht, obwohl ich es extra groß geschrieben hab. Wer ist da da? Oh Mann, sind die lost. Was haben wir gesagt? Papa, das ist eine konstante Schuhebung. Ach Mann. Vor allem, du schreibst, ist doch groß. Was ist bei euch? Bleiben wir. Ja, der ist schwarz und bleiben. Hättest du noch in Klammern setzen müssen und noch in Dicke geschrieben, inklusive unterstrichen. Bei Waller? Hab ich Angst. Wir rennen die One-Stick hoch. Dann bin ich nicht zu machen. Ja. Tipp. Okay, ein Zecken-Lock-Schutz jetzt, aber er kann wieder. Ihr könntet euch ja... Der Base-Def steht nicht am... Ja. Jetzt steht er wieder am Bett. Nein, theoretisch könnte einer, könnte einer Selly machen. Einer könnte Selly machen und den Base-Def weglocken, dann habt ihr das Bett. Da ist ja alles los. Da ist alles los. Das Bett. Ja, ja, los. Ja, nicht. Mit einem Rechte darfst du den hier nehmen. Einer voller Ku-Aps doch. Und zu euch gleich alle, ne? Das Bett. Das Bett. Oh. Diese Kurs sind immer so weh, ey. Ja, ich weiß. Es liegt immer an den Kurs, ich schwöre. Ehrlich so. Immer wenn man das sagt, ist man das nie weg. Ich weiß gar nicht. Das war das so. Das ist alles. Wie ist das? Das ist ein Bacetab? Das ist ein Bacetab? Und dann? Alter, Junge. Dein Bacetab! Ja, Louis hält von 1.0.0. Louis, bring dich schnell los, damit du dann noch einen anti-sponsor passen kannst. Hä? Was hab ich verpasst? Louis hat... du hattest nie viel gegen Luca gehabt gestern Abend. Wurde er erst kurz gekickt aus dem Plan. Mal laufen 30 gegen irgendeinen guten Plan. Welcher was? Divus. Divus. Keinen anti-sponsor passen und WP verpackt hat. Hä? Ja. Die Gegner haben eine WP geworfen. Ja, wie kann man denn das? Das ist schnell. Louis! Was? Ja, ja. Ja, ja. Du schaffst doch gut. Ich bin eh, was du klipst. Wie viel Elo hat denn? Er hat absolut... Er hat absolut für mich die Klip. Den gefehlt, ja. Die waren 30-st. Ich mach direkt dein Basis-Verbogen, wenn du... Mit Fetchum. Oh, ja. Was? Ja. Warte, ist es Mike gewesen oder was? Äh, Waddle. Was? What the hell? Ja, Kim. Ich bin noch nie safe geworden. Ich bin noch nicht safe geworden. Ich bin noch nicht so mitten. Oh, wie funktioniert das noch? Oh, mein Gott. Das ist viel zu knapp. Er hat einen Bogen und lockt ihn nach links. Ist echt zu alter. Nice. Oh, je mini. Nice, Louis. Ach, je mini, du. Sag, wer muss. Boah, wer muss? Wir haben safe. Wir haben sogar den Bogen. Viel Spaß, Louis. Das hätte Louis nicht gehabt. 20 mal besser als Louis. Hä, warum droppt er den Bogen? Weil er saven wollte. Ey, lass mal. Er wollte ihn noch unten runter. Der Typ ist gar nicht so schlecht eigentlich. Ich hab keinen Fall, du musst ihn zerren. Wer ist nicht so schlecht? Nur ein Boots ist nicht schlecht. Ich geh gerade in 1 Sekunde. Ich kann den nicht sehen. Das ist nicht fair, aber nicht so. Oh, jetzt. Der hat David unten. Der hat bestimmt unten eine AP. Da. Hat er auch. David hat nochmal Sizer-Platz dabei. 1. Oder die, Bruder. Also, Timmy-Fickel. Schön warm ist. Und! Dreimal, du bist Winis. Bruder, du hörst dich ähnlich an. Bruder, oder? Du bist ein Zwilling. Bruder, du hast das Momi. Ich baue den Anti-Spawn-Trips. 1. 4. 3. 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 3. 4. 5. 5. Ja, das kann sogar sehr gut sein, aber da wird immer E-Bilder wahrscheinlich safe läuft. Ey, er wird von über Dreck gespannt, ne? Ja, jetzt EP und... Ja, EP. Oder RP. Ja, das war echt von beides Seiten. Warum hat der doch nicht geworfen? Er hat aber doch eine RP dabei. Und es ist One-Hit. Ob die in der Welt sind... Louis der Weste! Digga, Louis, du bist der Weste, Bede. Nie was ist da. EP down. Oben ist ein 3 zu machen. Ich bin wahrscheinlich down. Ich bin down, wahrscheinlich. Ich bin down. Zieh schon mal den Weg nach unten ein. Du bist halt gesleeved. Jetzt passiert das. Noch mal den Weg nach unten einig. Ich bin da oben mit Namen. Ich bin da oben mit Namen. Untertitelung des ZDF, 2020